Tch! Hallo? Nero, bist du das Nero? Ist etwas passiert? Kirie... Als ich ein Kind war... ...war ich allein. Du und Credo wart alles für mich. Und nun finde ich plötzlich heraus, dass ich eine Familie habe. Was soll ich denn damit anfangen? Du weißt immer, welcher fahrt richtig und welcher falsch ist. Du hast keinen Grund für Selbstzweifel. Danke. Ich schätze, das war alles, was ich hören musste. Ich habe noch eine letzte Sache zu erledigen. Dann komme ich nach Hause. Ich konnte Credo nicht beschützen. Bis heute... ...hasse ich mich dafür, nicht genug Stärke besessen zu haben. Doch diesmal ist es anders. Das schwöre ich! Ich werde es nicht sterben lassen! BABYON! 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 Untertitelung des ZDF, 2020